Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. Wenn du keines mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Das rote Seidenband Ein Fischer diente dem Grafen und war wohl gelitten, denn er brachte immer reiche Beute an köstlichen Fischen. Auf einmal aber vermochte seine Kunst nichts mehr, er fiel in Ungnade und ward entlassen. So lebte er einige Zeit von seinem Ersparten, bis er nichts mehr hatte. Da ging er hinaus auf das Wasser, um zu fischen, fing aber wieder nichts und weinte bitterlich im Nachen. Plötzlich legte sich das Wasserfräulein heraus an den Wasserspiegel, fragte ihn um sein Leid und sagte ihm ihre Hilfe zu, wenn er ihr das verspreche, was er zu Hause nicht wisse. Denn sie sei es, welche ihm die Fische erst zugetrieben, dann verjagt habe. Er gab das Versprechen und tat einen reichen Fischzug. Den trug er heim. Als er aber dem Weib sagte, um welchen Preis er glücklich sei, kam die Reihe zum Weinen an See. Denn sie trug ein Kind unter dem Herzen, wovon er nichts wusste. Doch trösteten sie sich mit dem Gedanken, dass sie das Kind Gottwein wollten, und der Fischer fischte und fing wie früher die besten Fischer. Er brachte sie dem Grafen, der ihn wieder in Gnaden aufnahm. Zur bestimmten Zeit wurde ihm dann ein Sohn geboren, der gut gedieh an Leib und Geist und für den geistlichen Stand bestimmt wurde. Doch als der Sohn fertig war, konnte er nicht Primmitz halten, denn er gehörte ja der Wasserfrau. So gab er das Studium auf, wurde ein Büttner und ging in die Fremde. Auf dem Weg aber kam er zu mehreren Tieren, die über einem Pferdeaas waren und nicht wussten, wie sie es verteilen sollten. Es waren ein Bär, ein Fuchs, ein Falke und eine Ameise. Diese baten ihn, die Teilung zu übernehmen. So teilte dieser. Er warf dem Bären die vier Viertel zu. Damit könne er zufrieden sein. Dem Fuchs das Rückgrat, dem Falken das Geräusche innerein und der Ameise den Kopf. Dann ging er seines Weges. Der Bär aber meinte, es wäre doch zu unbillig, wenn man den Mann so ganz ohne Dank gehen ließe, und er befahl dem Fuchs, ihn zurückzurufen. Er kam und die Tiere gaben ihm die Gewalt, sich nach Wunsch in jede ihrer Gestalten zu verwandeln. Da lachte der Geselle und ging von dannen. Unterwegs bemerkte er in einem Kornacker eine Menge Rebhühner. Um sein Geschenk zu prüfen, wollte er ein Fuchs werden und sogleich war er Fuchs und fing sich so viele der Rebhühner, bis es ihm genug schien. Die nahm er in die nächste Stadt und ließ sich dieselben in der Herberge zurichten zu einem Mal. Währenddessen traten vier Herren ein, setzten sich an den Tisch und fingen zu Karten an. Wohl sehr rau, denn es ging um Kronenthaler. Der Geselle lag auf dem Stroh hinter dem Ofen und sah, wie einer der Spieler schon einen großen Haufen gewonnenen Geldes vor sich hatte. Da machte er sich zur Ameise und kroch als solche unter den Spieltisch. Hier wandelte er sich in einen Bären, richtete sich auf, warf den Tisch mitsamt den Kronenthalern um und erschreckte die Herren so, dass diese Eilist davonliefen. Nun suchte er die blanken Stücke zusammen, legte sich nieder auf das Stroh und schlief, zahlte am Morgen seine Zeche und ging weiter. Darauf geriet er in eine große Stadt. Da war alles schwarz behangen und vom Turm wehte eine schwarze Fahne mit einem Totenkopf. Er geht also in die Herberge und fragt den Wirt um die Ursache und erfährt, dass der König drei mannbare Töchter habe, alle gleich schön und einander so ähnlich, dass man sie nicht auseinanderkenne. Der König aber habe geschworen, dass nur die Mittlere das Reich erben solle. Wer sie mit dem Reich gewinnen wolle, müsse sie erraten. Das aber misslang jedem und wer die Probe nicht bestehe, verfalle dem Schwert. So seien schon viele umgekommen und darum sei Trauer im Lander. Da ging er hin zur Königsburg und sah in dem Garten, den ein tiefer Graben umgab, die Königstochter Lustwandeln. Er machte sich zum jungen, edlen Falken, flog hinüber von Staude zu Staude, lockte die Mädchen und ließ sich zuletzt von der einen fangen. Er blieb ihr auf der Hand sitzen, wie vor dem auf der Staude, ward von ihr in ihr Gemach getragen und auf eine goldene Stange gesetzt. Während sie nun schlief, nahm er seine richtige Gestalt wieder an, jedoch in schönen, reichen Gewändern, fasste die Prinzessin bei der Hand, dass sie erwachte, und erklärte ihr, dass er der Vogel sei und sie liebe. Anfangs zu Tode erschrocken über den fremden Mann und seine Worte, fand sie doch bald Gefallen an ihm und bekannte sich als die Mittlere der Prinzessinnen. Sie gab ihm auch den Ring vom Finger und als Zeichen, woran sie zu erkennen wäre, nannte sie einen roten Seidenfaden, den sie um den mittleren Finger der rechten Hand tragen werde, wenn er zur Wahl komme. Nun machte sie das Fenster auf und der Falke entflog. Der Fremdling kam am Morgen vor den König, um die mittlere Königstochter zu werben. Der und sein ganzes Hofgesinde bedauerten den Prinzen wegen seiner großen Schönheit und wollten ihn bewegen, von dem gefährlichen Vorhaben abzustehen. Er aber beharrte und wurde aufgerufen, in den Saal zu treten, wo sich die drei Töchter befanden und hinter ihn stellte sich der Scharfrichter mit blankem Schwert. Da wurde ihm bange und ängstig und gerne willfahrte man seiner Bitte, das Fenster zu öffnen. So trat er vor die gleichen Schwestern. Die eine trat mit dem Fuß vor und trug am Finger den roten Faden. Sie bezeichnete er als die Mittlere und er hatte die Richtige getroffen. Große Freude herrschte nun am Hof und in der Stadt. Schon lange nämlich hatte der König Reue über seinen Schwur und das viele Blut, welches floss, und gern gab er die Tochter dem glücklichen Freier. Mehrere Jahre hatten sie glücklich gelebt. Da zog er hinaus zur Jagd. Wohl riet ihm die besorgte Gemahlin ab, denn sie hatte üble Ahnung. Aber er achtete es nicht. Der Tag war heiß. Er hatte lange einen Hirsch verfolgt und ihn dürstete. Nicht mehr gedachte er der Worte seiner Mutter, die ihn so oft gebeten hatte, sich vor dem Wasser zu hüten. Er eilte dem Gefolge voraus, fand eine Quelle und bückte sich eben, um mit der Hand daraus zu trinken, als ihn die Wasserfrau erfasst und hinabzieht. Dem Volke aber, welches eben dazu kam, rief sie zu, sie habe ihn teuer erkauft. Die traurige Mär wurde der Königstochter gebracht. Diese hatte nicht Rast, nicht Ruhe, sondern eilte zum Brunnen und zu ihrem Herrn und Gemahl zu kommen, setzte sich hin ans Ufer und weinte. Da tauchte die Wasserfrau auf und tröstete sie damit, dass er es gut habe bei ihr. Die Königin aber wäre schon zufrieden gewesen, wenn sie ihren Gemahl nur zu sehen bekäme und bot der Wasserfrau den goldenen Kamm von ihrem Haupt. Da hob die Wasserfrau den Gemahl bis unter die Augen empor. Zum zweiten bot sie ihren Ring und er stieg bis an die Hüfte aus dem Wasser. Zum dritten bot sie ihren goldenen Pantoffel vom Fuß. Die Wasserfrau stellte den Gemahl auf die Hand und siehe, er entschwand als Falke und stand neben der Gatten. Da fährt die Wasserfrau in den Brunnen hinunter, dass es zischt und gischt, und wieder herauf und wirft der Königin eine Hand voll blauen Sandes in das Angesicht, dass diese zum Drachen ward. Nun war wieder große Not. Der König bot die Hälfte seines Reiches dem, der Hilfe brächte. Ein alter Zauberer ließ sich endlich melden und versprach zu helfen, wenn die hohe Frau es aushielte. Er ließ drei Ofen bauen und heizen, dass einer mehr glühte als der andere. Dann steckte er den Drachen hinein und zog ihn heraus, als die Haut weich war, und kühlte ihn im Wasser. Im zweiten Ofen barst die Haut, aber als er den Drachen in den dritten Ofen steckte, musste der unglückliche Gatte sich verbergen, um das Klagen und Winseln der Leidenden nicht zu vernehmen. Endlich steht die Königstochter nackt vor dem Gatten, der ihr seinen Mantel umwirft und sie im Triumph heimführt. Von nun an lebten sie froh und ohne weiteres Hindernis. Die Wasserfrau hatte keinen Teil mehr an ihm. Anna Mayala In einem Dorf lebte Veri, ein schöner, junger Taglöhner, und sein Liebchen war das schönste Mädchen weit und breit. Anna Mayala mit Namen, aber arm. Die vielen Freier, die sich meldeten, machten beiden Leutchen vielen Kummer, doch siegte am Ende die Standhaftigkeit, und der Tag zur Hochzeit wurde bestimmt. Veri aber hatte von Natur etwas Wildes an sich. Er war so träumerisch und in sich versunken und sang gar oft gottlose Lieder von der Unterwelt. Davon hieß er der tolle Veri. Am Tag vor der Hochzeit ging er in den Wald, um Wild für das Fest zu erlegen. Mit einem prächtigen Rehbock auf dem Rücken war er auf dem Weg nach Hause. Doch seine Gedanken irrten Wild umher, blieben nicht bei der Braut. Und während er seinen wilden Träumen nachdachte, kam er an einen Steg. Schon leuchtete der Mond. Da ward er böse über sich, dass er sich verspätete und versäumt habe, den Vorabend seiner Hochzeit bei der Braut zu verbringen. Der Steg ging über ein helles, flaches Wasser, und der Mond spiegelte sich gar schön darin. Das zog ihn wieder ab. Es wehte ihn so wehmütig an. So legte er sein Ohr, sich niederkniend, auf die Wasserfläche, ob er nichts höre. Da vernahm er denn süßes Singen, je länger, desto schöner, je schöner, desto bezaubernder. Immer mehr neigte er das Ohr den wunderlieblichen Tönen, und er dachte, hinabzusinken in die Fluten, wäre gar so süß. Da schaute er hinein in die dunkle Tiefe. Es war, als ob schöne Beine, wie er sie nie gesehen, im Tanz auf- und niederschwebten. Veri hob das Auge und sah Mädchen schön und reizend, in leichter Bewegung nach den Tönen der Musik einen Reigen beginnen. Alle waren schön, eine vor allen. Er fragte sie, wie es da unten wäre. Sie näherte sich, legte ihr bleiches Haupt auf seine Brust und sagte in Wehmut, ach, es ist bei uns so schön, so ruhig, viel mehr Luft und Leben als bei euch. Willst du mit mir? Er bejahte es. Sie aber fügte noch hinzu, sie, ich war auch einst auf der Erde. Du hast eine Braut. Kannst du sie vergessen? Wenn du mit mir gingest, dürftest du nicht mehr an sie denken. Jedes Sehnen nach der irdischen Braut würde dir Strafe zuziehen. Bei diesen Worten schaute sie ihm so gewinnend in die Augen, dass er sie umschlang. Die Füße glitten ihm aus. Er sank hinunter mit ihr in das unbekannte Land. Im Dorfe aber harrte die Braut umsonst des Geliebten. Er kam nicht. Man suchte alle Orten, fand aber nichts als auf dem Steg sein Gewehr und den Rehbock. So vergingen viele Jahre. An einem Dienstag sah man einen Hochzeitszug sich zur Kirche bewegen. Die Braut schön und anmutig, wie eine Rose, Anna Mayala genannt, hinter ihr Vater und Mutter. Letztere erschien bleiche und leidend, an Jahren noch nicht fortgeschritten, mit den Spuren hoher Schönheit. Der Zug ging über einen Steg. Tief auf, seufzte die Mutter. Der Vater suchte sie zu trösten. Ist die Gegenwart, sprach er zu ihr, nicht besser als die Vergangenheit? Haben wir nicht in Frieden und Treue gelebt miteinander und ist unsere schöne Tochter nicht ein sprechendes Abbild? Inniger lehnte sie sich an ihn. Plötzlich lief einer, die langen Haare wild in der Luft flatternd, in hastiger Eile den Bergabhang herunter, gerade auf die Braut zu. Wie ein Rasender schlägt er sich vor die Stirne, wie ein Irrsinniger fasst er das Mädchen und nennt sie seine Braut. Erst gestern habe er sie verlassen, sie müsse mit ihm zum Altare. Mit gewaltigem Arm schleudert ihn der Bräutigam hinweg. Die Mutter bebt und meint zusammenzubrechen. Der Zug geht weiter. Nach zwei Tagen geht die junge Frau um Wasser an den Teich. Wieder kommt der wilde Mensch und umschlingt sie und will sie nicht lassen. Und wieder wird er vom kräftigen Arm des Gatten hinweggeschleudert. Darauf sah man ihn im Dorf herumgehen und nach Leuten fragen, die alle schon tot waren. Zuletzt ging er aus dem Pfarrhaus heraus und seitdem sah und hörte man nichts mehr von ihm. Später kam ein Franziskaner alljährlich ins Dorf, bleich und leidend, noch schön von Angesicht und nirgends kehrte er lieber zu als bei dem Anna Mayala. So oft er kam, befiel die Mutter ein Zagen, das sie nicht erklären konnte. Nun starb der Vater. Der Mönch erschien zur Stelle, um die trauernde Witwe zu trösten. Er sprach folgende Worte zu ihr. Gutes Weib, bedenkt, dass alles Leben hart ist, betrachtet mich und was ich gelitten, so werdet ihr euch weniger eurem Schmerz hingeben. Da sah ihn die Trauernde an, sie forschte, sagte, erschrak. Sie hatte den Veri erkannt, welcher in ihr schon längst sein Anna Mayala gefunden hatte. Nun kam die Reihe zu klagen an ihn, doch er ermahnte sich und fuhr fort. Ich habe da unten gelebt, in der Erde, in einem geisterhaften Reich, gelebt mit einer Wasserfrau, schön und verführerisch, wie mit einem Weib. Stets war sie um mich, nur an Freitagen blieb sie mir unsichtbar. Ich wäre wohl glücklich gewesen in ihrer Liebe, doch blieb mir etwas zurück im Herzen, das keine Befriedigung fand. Zeitweise quälte mich eine Leere, die ich nicht auszufüllen vermochte. Sie war eben doch kein rechtes Weib. Besonders fiel mir auf, dass ihre Füße stets mit Schleifen gebunden und verhüllt waren. Sechs Kinder hatte sie mir geboren und auch ihnen waren die Füße gebunden. Die Kinder wuchsen schnell zur vollen Größe. So oft sie ein Kind gebar, war das Vorhergehende schon vollkommen erwachsen. Das Geheimnis mit den Füßen peinigte mich aber immer mehr. Da löste ich, als sie einmal schlief, die Hülle der Füße. Sie hatten Gänsefüße, Schwimmhäute zwischen den Zehen und an diesen kleine Krallen. Ich erboste und fluchte und wünschte, dass doch das siebte Kind ein Mensch werden, mit menschlichen Füßen zur Welt kommen möchte. Und mein Wunsch ward erfüllt. Die Wasserfrau aber, als sie das Kind zum ersten Male sah, stieß einen Schrei des Entsetzens aus, dass sie einem solchen krüppelhaften Wesen zur Mutter werden musste und überhäufte mich mit Verwünschungen. Und nicht lange, so kamen die anderen Wasserfrauen meinem Weib zur Geburt, Glück zu wünschen. Sobald sie aber die Menschenfüße des Kindes sahen, ergrimmten sie. Sie nahmen das Kind, zerrissen es in Stücke und begierig verschlangen sie die kleinen Glieder. Denn Menschenfleisch gewährt ihnen wieder auf 300 Jahre Schönheit und Jugend und macht die Männer in Liebe zu ihnen entbrennen. Machtlos musste ich all dieses über mich ergehen lassen. Zuletzt tippte mich mein Weib an mit einem Stäbchen. Ich verfiel in Schlaf. Und als ich erwachte, befand ich mich an derselben Stelle, von welcher ich früher in das Wasser hinabgeglitten war. Ich sah den Hochzeitszug deiner Tochter. Sie hielt ich der Ähnlichkeit halber für dich, denn es war mir alles wie ein Traum. Das Übrige weißt du. Erst der Pfarrherr klärte mich auf, dass seitdem schon mehr denn 20 Jahre verlaufen seien und ich hatte gedacht, es wäre alles erst von gestern. Im Kloster büße ich für meinen Frevel. Deinen Enkeln habe ich Perlen und Edelsteine gebracht. Nicht lange und die Mutter kam zum Sterben. Wieder fand sich der Mönch ein. Er kniete sich hin vor die Sterbender und legte ihre Hände in die Seinen. Das Haupt sank ihm hernieder. Beide waren Leichen. Sogleich sah man zwei weiße Tauben zum Fenster hinausfliegen. Die größere davon hatte aber an einem Fuß sieben schwarze Flocken hängen, welche bei der Berührung mit der kleinen, fleckenlosen Taube am Fenster abgestreift wurden und weiß zur Erde fielen. Es waren Zettelchen. Auf diesen standen die Namen der sieben Kinder des Wasserfräuleins. Denn auch ihnen hatte der Vater durch sein späteres frommes Leben die Erlösung erwirkt, sodass auch sie in den Himmel eingehen durften. Um die beiden Leichen abzuwaschen, ging eine der Enkelinnen hinaus an den Teich, um Wasser zu schöpfen. Und schon war Ave Maria vorbei, als sie zum Steg kam. Da begegnete ihr eine Freundin, welche sie fragte, warum sie zu so ungewöhnlicher Zeit Wasser holer. Ach, erwiderte sie, es ist ja meine Großmutter gestorben und ihr Geliebter, der Veri. Da vernahm sie eine leise Stimme rufen. Wer ist gestorben? Und nun brauste der Teich. Die Wellen hoben sich und wälzten sich auf das Haus zu und füllten die Stube, wo die Verblichenen lagen, und flötzten sie hin und her. Die Leute erschraken, gaben den Leichen Weihwasser und die Fluten zogen ab. Aber sie ließen sechs neue Leichen zurück, schöne Knaben und Mädchen, zwischen zehn und siebzehn Jahren, die Füße verhüllt, in den herabhängenden Händen einen Zettel fassend, auf welchem geschrieben stand, wir sind erlöst. Zuunterst an den Kinderleichen aber lagen zwei Füße eines Knaben. Der dazugehörige Leib war in seinen Umrissen wie ein Schatten auf den Boden gezeichnet. Daneben gab ein Zettelchen folgenden Aufschluss. Der Leib ist verzehrt, die Seele wehrt. Es war das siebte Kind der Wasserfrau, von welchem nur die menschlichen Füße übrig geblieben waren. So oft der Jahrestag des Todes des tollen Veri kommt, bricht der Teich aus. An anderen Tagen schlägt er in seinem Gestade wilde Wellen. Seitdem scheint aber auch der Mond nicht mehr in seinen Spiegel. Der Liebestrunkene Ein Burgvogt befragt, warum er so lange nicht heirate, gab zur Antwort, er habe einst geträumt und im Traum ein Mädchen gesehen, so schön und lieb, wie er noch keines bisher gefunden. Sie stehen nun immer vor seiner Seele. Er wisse noch alles ganz genau und würde selbst die Gegend erkennen, wo er sie im Traum gesehen. Einmal musste er im Auftrag seines Herrn eine Reise unternehmen. Nachtherberge fand er auf einem Schloss im Gartenhaus. Es war eine schöne mondhelle Nacht und da er nicht schlafen konnte, ging er hinaus in den Garten. Am Ende eines Laubenganges befand sich ein Springbrunnen. In diesen schaute er eine Zeit lang hinein und glaubte plötzlich, die Jungfrau, welche ihm im Traum erschienen war, im Wasserspiegel zu erkennen. Nachdenkend kehrte er zurück und es war ihm hierbei, als ginge die Jungfrau vor seinen Augen einher. Er öffnete die Tür des Gartenhauses und war überrascht, die Jungfrau im Gemach zu erblicken. Nicht lange wehrte das Gespräch zwischen beiden, so trug ihr der Vogt seine Hand an und sie blieb sofort bei ihm, als wäre sie schon längst sein Weib. Am Morgen aber hatte der Vogt Reue, dass er sie über Nacht bei sich behalten. Da lächelte sie und tröstete ihn. Sei ruhig, sprach sie, es hätte ja doch einmal sein müssen, deine Formen sind nicht die meinen, ich bleibe bei dir, doch frage mich nie um meine Herkunft. Dabei langte sie in die Falten ihres weiten Kleides und reichte dem Erstaunten einen reichen Schatz an Perlen und Edelsteinen daraus hervor. So lebten sie glücklich zusammen. Das Glück erhöhten ihre Kinder, die sie ihm gebar. Als sie aber mit dem siebten Kind schwanger ging, bekam sie große Angst und als der Knabe geboren war, wendete sie ihm eine Sorgfalt und Zärtlichkeit zu, wie keinem der früheren Kinder. Der Knabe war zum jungen Mann von 25 Jahren gereift. Da vernahm der Vater vom Munde seiner Frau das Geheimnis, das seither schwer auf ihr geruht hatte. Du musst wissen, hub sie an, dass ich eine Wasserfrau bin. Sieben Kinder habe ich geboren, sechs gehören dir, das siebente habe ich versprochen, nach 25 Jahren dem Wasser als Tribut zu opfern, um die anderen sechs dir zu retten. Nun soll ich von meinem Sohn mich trennen, der mir der liebste ist. Da berieten sich die Gatten und beschlossen, den Sohn auf Reisen zu senden, ihn aber vor dem Wasser zu warnen. Also verließ der Sohn die Heimat und ging hinaus in die weite Welt, stets das Wasser vermeidend. Doch einmal vermochte er es nicht, der Warnung der Mutter zu gehorchen. Einem schönen Mädchen zu gefallen, unternahm er eine Wasserfahrt. Heiter und schön war der Himmel, ruhig wie ein Spiegel der See. Plötzlich aber begann das Wasser zu wogen und zu brausen. Es warf das Schifflein auf und nieder, sodass alle gedachten, ihre letzte Stunde sei gekommen. Wollte der Jüngling Hand anlegen, das Schifflein zu lenken, tobten die Wogen noch unbändiger. Um die anderen zu retten, sprang er hinaus in die stürmische Flut und sogleich sah man ihn von einem schönen Frauenarm umschlungen und in die Tiefe gezogen. Er befand sich in den Armen einer schönen Wasserfrau und bedurfte keiner Überredung bei ihr zu verbleiben, so sehr hatte ihn ihre Schönheit gefesselt. Doch mit Trauer gedachte er der Mutter zu Hause und erhielt das Versprechen, dass er sich alle vier Wochen zeigen dürfe, indem er den Kopf über das Wasser erhebe. Zu gleicher Zeit sollte auch der Mutter gemeldet werden, wo ihr Sohn sei und dass sie ihn alle vier Wochen sehen werde, obwohl sie durch ihre Wortbrüchigkeit solche Gunst nicht verdient habe. Der Sohn aber gedachte bald nicht mehr der Mutter, noch weniger der Zeit, wo und wann er sich ihr zeigen könne. Wohl mahnte den Liebestrunkenen die Wasserfrau, doch er meinte immer, die Zeit sei noch nicht hierfür gekommen, wie denn die Zeit da unten eine ganz andere ist als bei uns. Erst als ihm ein Knabe geboren vermochte es nicht mehr. So wurde auch ihm das siebte Kind geboren. Da wollte er sich nicht mehr zurück halten lassen. Er näherte sich der Wasserfläche und sah ein Schifflein fahren. Drinnen saß eine jugendliche Braut mit den Zügen seiner Schwester. Da legte er sein Ohr an den Kahn und vernahm die Braut sei die Tochter seiner Schwester. Überwältigt von Sehnsucht ihn. Er aber stieß einen Schrei aus und verschwand. An der Stelle zeigte sich eine Blutlacher. Eines Tages ging die Mutter traurig über das unbekannte Schicksal ihres Sohnes im Garten. Da lag die Leiche ihres Sohnes am Brunnen. Nun wurde ihr klar was geschehen war. Auch ihre Zeit war um. Sie ergriff die teure Leiche und stürzte mit ihr in den Brunnen. Von beiden war nichts mehr gesehen. So hatte die Wasserfrau sieben Kinder gewonnen und durch den Wassertod des siebenten für sich die Erlaubnis erhalten, auf neue drei Jahrhunderte schön und jung zu bleiben. Die Schafhütte am Zwergenest Nicht weit vom Ort Fichtelberg ist eine verfallene Burg, Zwergenest oder Zwergenburg genannt. Aus diesem Ort ging ein Weber in die Fremde. Als er heimkehrte, waren seine Eltern tot. Er wollte sein Geschäft beginnen, seinen Webstuhl aufschlagen. Niemand nahm ihn auf, denn seine Mutter war als böse Hexe bekannt gewesen. Sie wiesen ihn hinaus mit seinem Webstuhl in die Schafhütte am Zwergenest. Diese hatte der Schäfer verlassen müssen, weil die Zwerge nachts die Schafe versprengt und zu Fall gebracht hatten. So ging er denn hinaus, richtete sich die Hütte zurecht und schlug seinen Webstuhl auf. Als er nun die erste Nacht zu Bett lag, erwachte er plötzlich und sah einen Zwerg beim Licht des Vollmondes hereinkommen in die Kammer, der, ein Hütchen auf dem Kopf, in Frack und kurzen Höschen, mit Schnallenschuhen und einem Stöckchen in der Hand, mehrere Male auf- und abging und sich neugierig alles besah. Er schien vergnügt zu sein, alles so wohlgeordnet zu finden. Zuletzt sprang er auf den Tisch, setzte sich, er war nur spannlang, auf den Brotlaib, der noch dort lag, und schnitt sich ein Stückchen ab, das er aß. Der Zwerg redete den Gesellen an, dass, wenn er hier wohnen wolle, Mietlohn gezahlt werden müsse. Er verlangte nicht Silber noch Gold, denn er wisse ja, dass er arm sei, aber drei Bedingungen setze er, welche genau zu erfüllen wären. Das erste sei, dass an jedem der Webstuhl abgeräumt sein müsse, das zweite, dass der Weber niemals bei Nacht in die Werkstätte hineinsehe, das dritte, dass er schweigsam bleibe. Damit war der Geselle zufrieden und der Zwerg ging. Nun hatte er in Bayreuth einen Kaufherrn gefunden, der ihm Arbeit gab, und richtete es so ein, dass mit dem nächsten Vollmond der Stuhl abgeräumt war. Als er daher am Morgen darauf in die Werkstatt trat, war er nicht wenig erstaunt, am Stuhl einen Streifen seidenen Gewebes, ein Muster zu finden, welches seinesgleichen nicht fand. Damit ging er zum Kaufherrn und bat um Seide, um nach dem Muster zu wirken. Er erhielt, so viel er deren bedurfte, und schon am nächsten Vollmond brachte er ein wunderschönes Stück Seidenstoff, welches dem Herrn so gefiel, dass er dem tüchtigen Gesellen sogleich neue Arbeit gab. So hatte der Geselle Brot, und öfter traf es sich, dass er am Morgen nach der Vollmondnacht ein neues schönes Muster am Webstuhl fand, was ihm stets neue Bestellungen verschaffte. Darüber wurden aber die anderen Handwerksgenossen voll Neid, besonders der Werkmeister. Sie bemühten sich auf alle Weise ihm sein Geheimnis zu entlocken, doch er schwieg. Da führten sie ihn öfter zum Wein und machten ihn trunken. Aber auch so hielt er sein Versprechen, dass er dem Zwerg gemacht hatte. Doch einmal kehrte er berauscht heim. Neugier hatte ihn erfasst, die Werkstätte zu besehen. Schon hatte er den Türgriff in der Hand, als sein guter Geist ihn noch zurück hielt. Am Morgen fand er zwar ein Muster am Stuhl hängen, aber ganz verworren. Gleichwohl machte er es nach, und die Arbeit gefiel mehr als alle früheren. Indessen wurde ihm stets mehr und mehr mit Wein zugesetzt. Er verfiel in Trägheit und schlechte Sitte, das Geschäft blieb zurück. Umso mehr wollte er sehen, wie es die Zwerge machten, hatte aber kaum die Tür geöffnet, als er ohnmächtig zu Boden fiel. Am Morgen war der Webstuhl zerbrochen und die Hütte in ihrem vorigen zerfallenen Zustand. Da nahm er seine Arbeit, um sie zum Kaufherrn zu bringen und alles dort zu entdecken. Auf dem Weg legte er sich unter einen Baum nieder. Zufällig sah er nach dem Gewebe, es war in Asche zerfallen. In höchster Verzweiflung machte er sich auf den Weg, um in die weite Welt zu gehen. Er kam in einen Wald und hier dachte er, wie gut es für ihn wäre, wenn ihm der Teufel helfen wollte. Jetzt habe er ja doch nichts mehr zu verlieren und dem Teufel wäre er ja zwei schuhhohes Männchen auf einem Stein sitzen, das einen Stiefel ausgezogen hatte und sie zu schmieren begann. Der Weber dachte, das könne nur der Teufel sein und ging auf ihn zu. Das Männchen aber kannte das gesellen Herz und rief ihm entgegen, Ich bin nicht der Teufel, aber ich suche, was du suchst, Rache an den Zwergen. Willst du mit mir gehen, um dich zu rächen, so tue, was ich dir sage, hole mir da unten zwei Binsen herauf. Der Weber brachte sie. Sie setzten sich nun rittlings jeder auf eine Binse und flogen weithin durch die Luft. An einem steinigen Platz hielten sie an und gingen dann, das Männchen voraus, der Weber hintendrein, in das Steingesprenger und zuletzt durch eine Kluft, welche so eng wurde, dass der Geselle vermeinte, er müsse zu einem Kartenblatt werden, um durchzukommen. Endlich machten sie Halt. Da sagte das Männlein zum Weber, hörst du nicht Musik? Sie kommt von den Zwergen, welche Hochzeit halten. Sie durch diese Öffnung hinunter und wenn die Braut dir nahe kommt, hole sie mir herauf. Da schaute der Weber hinunter durch eine Spalte in einen Saal, in dem die Zwerge bei süßer Musik fröhlich auf- und abgingen und tanzten. Die Braut trug nebst allen Gästen seidene Kleider. Die Stoffe waren dieselben, deren Muster einst an seinem Webstuhl hingen. Im Bräutigam erkannte er den Zwerg, mit dem er einst verkehrt hatte. Köstlicher Speisengeruch stach ihm in die Nase. Schon näherte sich die Braut. Er wollte sie herauflangen, doch zog er die Hand wieder zurück. Bei dem ungeduldigen Begleiter, der ihn darüber zankte, entschuldigte er sich, dass ihm ein Schweißtropfen von der Stirne in das Auge gelaufen sei. So auch das zweite Mal. Immer überkam ihn eine gewisse Furcht, die Braut zu stehlen. Da fuhr das Männchen zornig auf Zugreifer. Zum dritten Mal streckte der Geselle die Hand aus nach der Braut. Da nieste sie, und er rief ihr unversehens ein »Helf Gott« hinunter. Nun brach alles zusammen mit fürchterlichem Getöser. Der Weber lag, von einem Schlag des Männchens getroffen, ohnmächtig da. Als er erwachte, standen die Zwerge um ihn, und der Bräutigam dankte ihm für die Rettung seiner Braut. Er mahnte ihn aber, von nun an ein besseres Leben zu führen. Mit Silber könne er ihm nicht lohnen, aber zu Arbeit wolle er ihm helfen wie früher. So ging der Weber heim. Die Hütte war wieder ganz und der Webstuhl ordentlich aufgestellt. Der Tuchmacher fing wieder zu wirken an, hatte stets die Arbeit genug und lebte fortan glücklich. Ein Riese lügt nie. Ein Bauer hatte einen Sohn. Der war groß und stark, schickte sich aber nicht recht zu Pflug und Wagen. Da brachte er ihn zu einem Schmied in die Leere. Da könne er das harte Eisen schlagen. Der Junge schlug aber gleich das erste Mal so gewaltig auf den Amboss, dass das Horn wegflog. Weißt du was? sagte der Meister. Du schlägst mir gar ein wenig zu grob drein. Für dich wirst durch einen anderen Platz, droben auf den Berg beim Grafen. Der braucht starke Leute wieder die Riesen, welche seine Herden plagen. Hier, da hast du ein altes Schwert, dort kannst du es brauchen. Der Bube ging aufs Schloss, ließ sich Dingen als Viehhirt und trieb sogleich aus auf einen Berg. Als er sich's kaum versah, stand ein Riese da und wollte auf Vieh und Hirten einhauen. Der Hirt aber rannte auf ihn zu und schlug ihm mit seinem rostigen Schwert beide Hände ab. Da heulte der Riese wie ein Wetterhorn, fiel dem Hirten zu Füßen und flehte. Dein Knecht will ich sein, dein Vieh will ich hüten, stets will ich dir helfen, wenn du mir meine Hände wieder ganz machst. Dass du aber auch dein Wort hältst, sagte der Hirt. Ein Riese lügt nie, erwiderte dieser. Der Hirt schlug rückwärts mit seinem Schwert und der Riese hatte seine Hände wieder. Der Hirt trieb heim und wieder aus und kam in ein Tal weit hinein. Kaum war er da, so lief das Vieh zusammen und brüllte und ein Riese, größer als der gestrige, lief hinterher. Der Hirt lachte sich in die Faust und richtete sein Schwert her. Was willst du hier? brüllte der Riese. In meinem Gehege! Du trauriger Wicht, entgegnete der Hirt. Mach, dass du weiterkommst, sonst ergeht es dir wie gestern deinem Gesellen. Da wollte der Riese auf den Hirten los, der aber zückte sein Schwert und schlug dem Riesen die Arme weg wie nichts. Der sang dasselbe Lied wie der gestrige und erhielt seine Arme wieder. Der Hirt trieb heim und wieder aus und kam in eine andere Gegend, in einen tiefen, finsteren Wald. Schon meinte er heute ohne Strauß durchzukommen, aber plötzlich kam ein Riese, so groß wie ein Tannenbaum. Der tappte daher und hätte das Vieh zertreten wie Flöer. Lümmel, schrie ihm der Hirt zu, reiß aus oder ich lasse dich auf den Knien tanzen. Da beugte der Riese sein Haupt, sah herunter und brummte. Gibt es da auch Frösche? Wart, die fresse ich erst gerne. Halt, schrie auch der Hirt. Ich will dir deine Brühe dazu richten und schlug mit seinem Schwert da rein wie ein Holzhauer. Er fällte den Riesen, dass er ohne Beine da lag. Der Riese bat jetzt um schön Wetter und Wart, wie die anderen, mit dem Hirten gut Freund. Der Hirt trieb heim und schon wartete seiner gnädigen Blickes der Graf. Mir scheint es, sprach er, du kannst mehr als schwarzes Brot essen. So wie du hat mir noch keiner die Herde heim gebracht. Ich will dir was sagen. Unser Land verwüstet ein Lindwurm mit neun Köpfen. Er will nicht eher ablassen von seinem Gräuel, als bis ihm der König seine Tochter zur Speise gibt. Wer den Drachen erlegt, erhält von ihm Reiche und ging zum Riesen mit der Hand und sagte ihm, er solle einstweilen für ihn seine Herde hüten, vorerst aber eine Rüstung und ein weißes Ross bringen. Der Riese gehorchte und der Hirt ritt von dannen. Da kam er zu einem Gerüst, das war errichtet, um die Prinzessin darauf zu stellen, wenn der Drachen käme, um sie zu holen. Dieser kam auch in Dampf und Rauch wie ein Backofen heran. Der Hirt sprang auf das Gerüst und war kaum oben, als das Untier schon nach ihm schnappte. Doch mit einem Streich schlug er diesem drei Köpfe ab, schnitt sich drei Zungen aus den Rachen und steckte sie zu sich. Der Drache entwich heulend. Der Hirt stieg auf sein Ross und sprengte davon in solcher Eile, dass die Rüstung barst und der Gaul erlag. Des anderen Tages ging der Hirt zum zweiten Riesen und verlangte den Dienst und eine andere Rüstung und ein braunes Ross. Und wieder trabte er auf den Kampfplatz. Der Drache kam. Der Hirt harrte schon seiner, schlug ihm drei andere Köpfe ab und steckte die Zungen zu sich. Rechts hin entwich der Drache, links der Hirt so spornstreichs, dass die Rüstung barst und der Gaul tot niederfiel. Am nächsten Morgen ging der Hirt zum dritten Riesen, verlangte den Dienst und erhielt eine goldene Rüstung und einen Rappen. So ritt er davon auf den Kampfplatz, doch ließ der Drache heute den ganzen Tag auf sich warten. Erst abends schoss er, wütend vom Schmerz heran, bäumte sich auf und schlug das Gerüst in Trümmer. Zu gleicher Zeit mit den Balken flogen aber auch die letzten drei Köpfe von seinem Rumpf. Der Hirt nahm die Zungen und ritt heim. Ein Hoflakei aber kam und nahm die neun Köpfe mit sich. Der Hirt hütete nun wieder seine Herder. Es war Ruhe im Land. Auf der Schmuck zog heran. Er wusste nicht warum. Und als er heimwärts trieb, kommt auch sein Graf des Weges mit stattlichem Gefolge und rief ihm zu Wärst du weniger dumm und faul als du stark bist, könntest du jetzt mein Gebieter sein. Der Hirt verstand den Sinn der Worte nicht und lief zu seinen Riesen sie zu fragen. Diese sagten ihm, dass die Königstochter, die er vom Drachen befreit hatte, dieser Tage Hochzeit halte. Er solle auch hingehen, sie würden getreulich seine Herde bewachen. Der Teufel mag die Herde hüten, rief der Hirt. Auf, rüstet mich und euch, wenn sonst zu nichts, zu Musikanten kann man uns dort wohl noch brauchen. Die Riesen gingen nun zu Fuß neben ihm her, denn kein Ross ist stark genug, auch nur ein Riesenkind zu tragen. Der Hirt aber saß im schönen Wams und Zeug auf einem hohen Rappen und fort ging es zur Königsburg. Der Einlass wurde ihm aber gar schwer, denn der Bräutigam, ein Heer von Hof, hatte befohlen, nur Vertrauten und Herren, nicht aber Unbekannten und Abenteurern die Tore zu öffnen. Im Burgsaal aber saß der König auf seinem Thron, zur Seite die Prinzessin, ringsum die Herren und Vasallen ohne Zahl. Da öffneten sich die Flügeltüren. Neun Pagen trugen auf neun goldenen Schüsseln die neun Häupter des erschlagenen Drachen und der Herold blies in die Trompete und rief aus, wer das Schwert gegen den Drachen gezückt, trete vor und empfange des Königs Dank mit der Hand der Prinzessin. Geschmückt wie ein Prinz trat ein Hoflakei hervor aus der Menge, kniete sich nieder vor dem Thron und sprach gebeugten Hauptes, mein ist der Lohn, denn mein sind die neuen Drachenköpfe. Der König führte ihm seine Tochter zu und ließ ihm huldigen. Aber schon krachte das Burgtor von den drei Riesen zerbrochen, Treppen und Gänge zitterten unter ihren Füßen, es flogen die Türen des Saales auf und hereintrat der Hirt hinter sich die Riesen und fragte wer der sei der ihm die Drachenköpfe gestohlen. Der Lakai trat vor, da höhnte ihn der Hirt und sprach wohl habe ich die Köpfe weggeworfen gleich tauben Nüssen hier sind die Zungen seht zu ob und es fand sich so der Hirt wurde der Gemahl der Prinzessin und der Herr des Landes der freche Lakai aber war von vier Pferden zerrissen Perlentränen ein junger Ritter hatte die schöne Tochter eines Knechtes zum Weib genommen und sich damit die Feindschaft aller Adligen der Umgegend besonders der Mütter zugezogen Sie lehnten alle erbittert die Einladung zur Feier der Hochzeit ab und ließen das junge Ehepaar allein auf seiner Burg Umso glücklicher aber lebten diese in ihrer friedlichen Einsamkeit Als nun die Zeit nahte wo die Frau entbinden sollte sagte sie zum Gatten der voll Kummer war weil er nicht wusste wo er für das Kind einen Paten finden möchte Geh hinaus durch den Garten auf die Straße und begrüße den ersten Besten der des Weges kommt um den Liebesdienst sollte es auch ein Knecht sein Da ging der Ritter hinunter in den Garten und schon kam ihm eine schöne würdevolle Frau entgegen welcher zu ihm sprach Ich kenne deinen Kummer aber sei getrost ich will Pate sein und es soll dich nicht geräuen So führte er die hohe Frau mit blauem Schleier es war die Mutter Gottes hinauf in die Burg und sie stand hilfreich und lindernd der Leidenden bei als diese ein Mädchen zur Welt brachte Das Kind wurde getauft und erhielt den Namen Marie Die Fremde aber entfernte sich danach sogleich mit den Worten Geben werde ich für jetzt nichts Das Kind bedarf später meines Beistandes und der soll ihm werden Ich muss jetzt eilen nach Hause zu kommen Das Mädchen wuchs zur Freude der Eltern und war sieben Jahre alt als ihm die nahm der Ritter dem es zu einsam wurde ein Fräulein der Nachbarschaft zu Ehe so schön als stolz und herrisch Damit begannen nun üble Tage für Marie Sie wurde von der hochmütigen Stiefmutter verachtet und zu den niedrigsten Arbeiten verwendet Dem Vater tat es wohl wehr aber er wagte nicht Einsprache zu tun Drei Jahre waren so hinüber gegangen und Marie fühlte sich jeden Tag unglücklicher weinend über eine eben erlittene Misshandlung ging sie in den Garten hinab und setzte sich in eine Ecke da stand unsere liebe Frau vor ihr und sagte mein gutes Kind ich bin deine Patin und habe deiner Mutter versprochen dir in der Not zu helfen komm mit mir ich will für dich sorgen freudig bot ihr dreimal an und es öffnete sich das Tor zu einem schönen Palast in welchem zwölf prächtige Säle waren darin hingen an den Wänden Schnüre der kostbarsten Perlen und an den Fenstern und auf Tischen blühten frische Rosen diese hatte Marie zu pflegen damit sie nicht verwelkten dafür durfte sie mit unserer lieben Frau am Tisch beisen der sich zu bestimmter Zeit von selber Frau ihr die Schlüssel zu den Sälen aushändigte und den Auftrag erteilte nun auf einige Tage die alleinige Aufsicht im Palast zu führen doch wäre noch ein dreizehntes Gemach das nicht geöffnet werden dürfe damit trat unsere liebe Frau ihre Reise an und ließ das Kind allein Marie aber war am Abend des dritten Tages neugierig geworden dass sie die Tür des geheimen Zimmers öffnete da waren die Wände voll von Kästen mit großen großen Büchern und am Tisch saßen Gottvater und der Sohn Gottes und schrieben in ein großes Buch das Schicksal aller Menschen die geboren werden und die Gaben die sie erhalten auf den Weg des Lebens und wie der Mensch in seinem Willen seine Bestimmung selber ändert und die Gaben anders verwendet als wozu sie ihm unsere liebe Frau von der Reise zurück und sprach zum Mädchen Du hast wieder mein Gebot gehandelt Ich will dich dafür nicht strafen Aber behalten kann ich dich nun nicht mehr Geh zu deinem Vater zurück Den Weg wirst du leicht finden Ich habe gesorgt dass dir im Leben nichts fehler Damit nahm sie einen Kranz von Rosen und setzte ihn dem Mädchen auf das Haupt und ein gelangte Marie in den Schloss Garten Da saß traurig der Vater Denn die Stiefmutter liebte Pracht und Gesellschaft und hatte den früheren Wohlstand tief herunter gebracht Mit Freude begrüßte er die blühende Tochter die er längst tot geglaubt hatte Nicht so ward sie von der Stiefmutter empfangen Diese war froh über das Verschwinden des verhassten Mädchens und meinte nun sie könne ihres Bleibens nicht in der Burg haben weil von einer Magd geboren und könne irgendwo als Dienstmarkt ihr Brot gewinnen Da weinte Marie und bat auf einige Zeit um Aufnahme Sie werde sich umsehen ob sie nicht ein Unterkommen finder Sie hatte ihre Ecke in der Küche und verrichtete alle niedrige Arbeit im Haus So viel sie aber auch guten Willen bezeugte konnte sie es Stiefmutter lachte dazu Einmal machten es aber die Brüder gar zu arg Sie schlugen die Schwester so dass sie blutete Da ging sie hinaus in die Küche und weinte über ein Waschbecken und die Tränen fielen tropfenweise hinein und bei jedem Fall war es so als ob etwas klinge Die Stiefmutter kam dazu um sie zu zanken dass sie nichts vertrage und sah in der Schüssel etwas schimmern Sie untersuchte und fand eine Menge der schönsten Perlen auf dem Boden Nun war Freude in der Burg denn man hatte wieder Mittel in der früheren Weise zu leben Die Perlen wurden teuer verkauft Ein festlicher Ball sollte die ehemaligen Freunde welche sich seither nicht mehr sehen ließen aufs Neue versammeln Auch Marie sollte daran teilnehmen Als aber die Stiefmutter ihr dieses eröffnete fing sie an zu lachen und es fiel ihr eine Rose um die andere frisch und blühend obwohl es Winter war aus dem Mund Da merkte die Stiefmutter dass hinter dem Mädchen etwas mehr sein müsse als sie bisher gedacht und behandelte sie besser Aber dieses dauerte nur so lange als das Geld von den Perlen reichte Danach begann die Gehässigkeit der Brüder weinte und Rosen lachte Im Hause aber war eine alte Magd der ging es zu Herzen dass Marie so viel zu leiden hatte und tröstete sie mit den Worten Mein liebes Kind habe Geduld In einem Jahr trete ich in das Hexenalter Da wird mir gegeben vieles zu wissen Da wollen wir uns beraten Ich werde deine Amme und gehe gerne mit dir wohin du willst Wenn du fielen Das Jahr ging um und die Alte wurde wissend und sagte zu Marie Packe zusammen wir verlassen diesen Ort und suchen eine Stätte des Friedens Wir besitzen so viel dass es uns an nichts fehlen kann So gingen sie am frühen Morgen durch den Garten hinaus und lange fort bis sie in eine große Stadt kamen Aber auch hier war ihres Bleibens nicht lange Die schöne züchtige Jungfrau zog alle Augen auf sich und es kamen die edelsten Freier um ihre Hand zu werben Sie aber fühlte sich zu keinem hingezogen und war betrübt dass sie ihnen wehtun musste Eben einmal war sie ihren traurigen Gedanken hingegeben als unsere liebe Frau vor ihr stand und zu ihr sagte Mein gutes Kind sei ruhig Du hast von mir die Gabe irdischer Liebe Zeit in dieser Gegend ist um und ich ziehe weiter beherberge fortan Kranke und Arme bis ich dich zu mir nehme da gingen alle drei fort unsere liebe Frau klopfte dreimal an die Felsenwand und es stand der prächtigste Palast vor ihren Augen Marie zog ein und rief die Kranken und Armen der Umgegend zu sich und pflegte sie so sie Kummer auf der Seele hatte und ein Werk der Barmherzigkeit nicht zu üben vermochte schloss sie sich in das verborgene Gemach ein wo sie einst Vater und Sohn erblickt hatte und flehte da um Hilfe und sie wurde niemals versagt sie blieb immer jung und schön darum konnte man auch lange nicht glauben dass sie tot sei als unsere liebe Frau ihre Seele abgeholt hatte sie lag und liegt auf dem Bett als bleiche Jungfrau rote Rosen um die Schläfe in weißem Kleid sieben auf einen Schlag es war einmal ein Schneider klein von Gestalt der auf der Welt in der Fremde herum wanderte wie er eines Tages so dahin ging kam er in einen Wald und in diesem zu einer Quelle neben der er ein rot seidenes Band fand auf dem die Worte standen sieben auf einen Schlag wer macht es mir nach der Schneider hob es auf und band es sich um den Leib da er schon lange weiter gewandert war kam ihm plötzlich ein Riese entgegen der ihn hart anfuhr und ihm fürchterlich drohte der Schneider aber gedachte seines Bandes und der Worte die da rauf sich nicht viel aus den Drohungen des Riesen so zankend und streitend kamen sie zu einem Kirschenbaum der voll reifer Kirschen hing da sagte der Riese höhnisch halt ich will dir die Äste des Baumes herabbiegen damit du von den Kirschen essen kannst lass es dir noch schmecken denn wenn du gegessen hast will ich dich um bringen der Riese bog also den Baum her dem Gipfel desselben um bequem die üppigen Kirschen verspeisen zu können aber zu gleicher Zeit ließ der Riese den Baum wieder los und der gute Schneider wurde hoch in die Luft hinauf geschleudert er hatte es dem Band zu danken dass er unversehrt auf der anderen Seite wieder zur Erde kam da bekam der Schneider Mut der Riese aber geriet in Erstaunen und ließ den kleinen Mann von nun an neben sich her ziehen Wie der Schneider nun so hinter dem Riesen einher ging lief ihm ein Spatz unter den Füßen herum er bückte sich er griff den Vogel und trug ihn ohne dass der Riese es sah fortan in der Hand auf diese Weise waren sie eine beträchtliche Strecke gegangen da hob der Riese einen Stein auf und sagte nun wollen wir um die Wette werfen und sehen wer weiter wirft und er warf und der Stein flog so weit dass ihn die Augen des Schneiders gerade noch ersehen konnten da bückte sich auch der Schneider als wolle er einen Stein aufheben ließ aber den Vogel fliegen dieser flog so weit dass der Riese gar nicht bemerken konnte wo der Stein zur Erde fiel nun bekam der Riese schon eine bessere Meinung von seinem kleinen Reise Gefährten und bot ihm an ihn in seine Höhle zu nehmen wo ihre zwölf beisammen wären er selber sei der König Wieder gingen sie einige Zeit des Weges da lag ein Käseleibchen auf der Straße welches der Schneider gleichfalls aufhob und in der Hand behielt bald darauf hob der Riese einen Stein auf und drückte ihn in seiner gewaltigen Faust so fest das Wasser heraus trat der Schneider bückte sich drückte dann das Käseleibchen das er in der Hand trug so fest dass Milch heraus drang neckisch fragte er den Riesen ob er es auch so könne dieser war nun voll erstaunen über die Kraft des Zwerges wie er meinte so kamen sie in die Höhle und der Riese erzählte seinen Genossen was der Erdwurm bisher alles getan habe sie hießen ihn daher willkommen etwas zu leide zu tun sie gingen oft auf Raub aus manchmal nahmen sie ihn auf ihre Streifzüge mit meistens aber musste er zurück bleiben wo sie ihn dann einsperrten alle abende aber schlag sechs uhr verfielen sie in schlaf aus dem sie nicht zu wecken waren bis sie nicht volle zwölf stunden geschlafen hatten so hatte er zwar zu leben aber auch viel langweiler als daher einmal die riesen wieder ausgezogen waren besah er sich die höhle recht genau ob denn kein entkommen möglich wäre da entdeckte er eine tür welche in einen langen dunklen gang führte er ging hinein und mehrere stunden in großer finsternis fort bis ihn endlich helligkeit umfloss und er sich wieder oben auf freier erde sah vor seinen augen lag eine stadt er ging also auf sie zu unterdessen waren die riesen nach hause gekommen sie fanden den kleinen mann zwar nicht bekümmerten sich aber auch nicht viel um sein verschwinden denn sie dachten der erdwurm werde sich irgendwo verkrochen haben und schon wieder zum vorschein kommen wenn ihn hungere dieser aber war in die stadt getreten wo er alles in bestürzung und trauer fand alle fenster waren mit schwarzen tüchern verhangen er erkundigte sich daher was die ursache solcher trauer wäre und erfuhr dass riesen in der nähe wohnten welche die stadt immer in angst und schrecken hielten und dass sieben drachen in einer nahen höhle hausten welchen sie jeden tag einen menschen opfern müssten und endlich sei eine schlange nicht weit auf einem baum die alle menschen verzehre die unglücklicherweise in ihren bereich kämen niemand aber wäre zu finden der die stadt von diesen ungeheuern befreien wollte nun sei das los auf die königstochter gefallen dass sie am übermorgigen tag den drachen geopfert werden solle der könig habe zwar verkünden lassen dass wer diese ungeheuer erlegen würde die königstochter zur ehe und später das königreich als erbe haben sollte aber niemand finde sich der ein so gefährliches unternehmen wagen wollte da meinte der schneider er wäre nicht abgeneigt das wagestück zu unternehmen man möge ihn nur zum könig führen so wurde er denn zum könig geführt und dieser versprach ihm aufs neue seine tochter und sein reich als lohn wenn ihm die tat gelänge der schneider ließ sich nun ein schwert geben das er leicht handhaben konnte und legte den harnisch zur seite womit man ihn bekleiden wollte denn das zeug war sehr schwer und hinderte ihn am gehen darauf ging er der riesenhöhle zu welche er eben verlassen hatte da er auch die Zeit wusste wann die riesen in ihren festen schlaf versenkt wären so betrat er nach sechs uhr die höhle und schlug ihnen allen den kopf ab die augen und die zungen schnitt er ihnen heraus und brachte sie als wahrzeichen dem könig welcher große freude darüber hatte des anderen tages ließ der schneider ein großes fass machen außen voll eiserner spitzen nahm sein schwert und kroch in das fass dieses fass ließ er dann unter den baum bringen welcher der schlange als wohnung diente wie die schlange den geruch von menschenfleisch in die nase bekam stürzte sie vom baum herab und zu dem fass hin in dem der schneider ein loch gelassen hatte die schlange bog eben ihren rachen über diese öffnung da nahm der schneider die an den hals hinein dass sie sich in schmerz und wut um das fass in vielen ringen herum wand sich aber an jedem eisernen zacken spießte und bald tot war da stieg der held aus dem fass schlug der schlange den kopf ab und brachte ihn dem könig als sieges zeichen der hatte heute noch eine viel größere freude als gestern nun waren die drachen noch übrig zu erlegen wohl die schwerste und gefährlichste arbeit der schneider ließ sich einen eisernen wagen machen der bis auf eine kleine öffnung ganz verschlossen war in diesen stieg er am dritten tag und ließ sich zur höhle der drachen fahren kaum war er dort angekommen so fuhr einer der drachen heraus zerfleischte die beiden rosse vor dem wagen und stürzte den wagen drachen in die nähe der öffnung gekommen war so stieß ihm der schneider sein schwert bis an das heft hinein und tötete so das und hier da sah er auf sein rotes band welches er um den leib hatte und siehe die worte waren verschwunden statt deren aber stand geschrieben gehe nur in die höhle hinein die übrigen sechs drachen können dir nichts mehr anhaben weil du den ersten davon erschlagen hast er stieg daher aus dem wagen trat in die höhle und tötete die sechs drachen welche sich wirklich nicht bewegen konnten die köpfe aber brachte er dem könig welcher ihm nicht dank genug zu beweisen wusste und ihm noch an selbigen abend die königstochter zu ehr gab dort ging es gar herrlich und fröhlich her weil jeder einwohner an der freude über die rettung aus not und gefahr den innigsten anteil nahm da nun der schneider beilager mit der königstochter hielt und eingeschlafen war träumte ihm von seinem handwerk von nadel schere bügeleisen und da er laut träumte hörte die prinzessin welche wach war alles und geriet in große besorgnis es möge ihr gatte doch wohl nicht mehr als ein schneider sein kaum war es morgen ging sie zum könig klagte diesem ihren argwohn und erklärte ihm nie und nimmer die schande ertragen zu können als königstochter die frau eines schneiders zu sein der könig aber tröstete sie und sagte er wolle ihn zum feldherrn machen ihn gegen die feinde schicken und an die äußerste spitze stellen damit er gleich am anfang zugrunde gehe sein wort aber das er ihm gegeben hatte und wodurch er sein eidam geworden war könne er nicht zurücknehmen mithin auch die ehe nicht lösen der schneider wurde inne dass ihn die königstochter hasse und den grund warum wie er daher wieder zu bett ging stellte er sich als träume er wieder dieses mal von lauter schlachten und siegen da wurde die königstochter noch trauriger ging am morgen wieder zum könig und meldete ihm was ihr gatte heute nacht geträumt habe worüber aber ihr das herz brechen wollte das erfüllte das herz des königs mit freude er erteilte noch am nämlichen tag dem eidam den befehl das her gegen den feind zu führen ließ ihm aber doch seiner tochter zu gefallen die schlechteste rüstung und das schlechteste pferd geben zugleich befahl er ihm stets an der spitze des heeres zu bleiben der schneider aber machte sich nicht viel daraus sondern band sein rotes band um den leib und wie er es betrachtete las er die worte du wirst sieger sein er zog also getrost aus da sein pferd aber sehr matt ging blieb er häufig zurück und so auch in dem augenblick wo die feinde laute heiden von der seite herankamen eben strauchelte das pferd und riss im fallen ein kreuz um das am weg stand das kreuz aber fiel auf den schneider der es fasste und weil es nicht schwer war in der hand behielt so ging es gegen den feind dieser aber wurde kaum des kreuzes ansichtig welches der schneider an der spitze des heeres trug als sie in wilder flucht umkehrten und dem schneider den vollständigen sieg überließen sie hatten nämlich gemeint dass der gott der christen mit diesen streiter und gegen einen gott könnten menschen nicht kämpfen so wurden die feinde geschlagen und ihnen ein großer teil ihres landes abgenommen der schneider aber kehrte wohlbehalten an ehrenreich zurück und wurde auch von dem könig mit allen ehren von der königstochter aber mit liebe empfangen denn diese hatte nun ihren gatten achten gelernt von da an lebten sie noch lange und glücklich